Hallo YouTube, mein Name ist Manu von Jean, hilft dir und ich werde euch heute zeigen, wie man ein Administrations-Login programmiert. Das Ganze ist ziemlich komplex, aber an sich momentan nur der Login ist einfach. Was brauchen wir für ein Login? Wir brauchen ein Formularfeld. Und dieses Formularfeld, also ich werde es mal wieder mit einem bereits verwendeten Skript vorstellen. admin-login, müsste diese Datei heißen? Ja, HTML. Ich habe ein Formularfeld, was, wenn ich auf Login klicke, genau, wenn ich auf Bestätigen klicke, auf den Link index.php? und dann ein Link. Dieser Link wird eingefügt. Ist nicht wichtig, welcher Link da steht. Dass der da eingefügt ist, ist nur in meinem Skript so. Ihr könnt hier beispielsweise gar nichts, gar nichts hinschreiben. Oder ihr schreibt, nein, gar nichts hinschreiben ist nicht gut. Ihr schreibt am besten, ihr gebt am besten einen Parameter ein in diese PHP, in diese PHP-Adresse, unter dem ihr letztendlich, beziehungsweise mit dem ihr dann letztendlich wisst, dass ihr euch einloggt. Beziehungsweise zum Beispiel Login ist gleich True. Das bedeutet, es wird ein Get-Parameter übergeben, der Login heißt und True ist so. Beziehungsweise, ich glaube, ich habe ihn sogar so genannt. Dann gibt es den Login-Namen, das ist ein Input-Text mit dem Benutzernamen, dann das Passwort, das ist Passwort. Ich habe hier noch den Tab-Index angegeben, dass wenn man Tabulator drückt, dass man dann springen kann. Dann den Submit-Button oder den Zurück-Button. Beim Submit-Button wird einfach hier oben das aufgerufen, was ich bei Action eingegeben habe. Bei dem Zurück-Button muss ich als Typ Button angeben und nicht Submit, denn es gibt keinen Zurück-Button an sich. Und da habe ich über ein Java-Skript-Befehl auch wieder eine Seite aufgerufen, die natürlich mit einem anderen Link wieder zu tun hat, der generiert wird, weil das ein etwas größeres Projekt ist. Das werde ich in einem der nächsten Videos auch vorstellen, das Projekt. Da muss ich nur noch ein paar Kinderkrankheiten ausmerzen. Das steht zum Verkauf, ja. Was heißt zum Verkauf? Ja, ihr könnt es. Ich mache einfach später ein Video darüber. So, dieses Formularfeld, jetzt fehlten mir die Worte, in dieses Formularfeld werden nun Werte eingegeben, die mit der Post-Methode übergeben werden. Und mit dieser Post-Methode werden die Werte in einem Array gespeichert. Und dieser Array hat einmal den Array Post-Username, dem der Wert des Benutzernamens zugeordnet wird, dann die Variable Passwort und dann die Variable Submit und die Variable Zurück gibt es, glaube ich, auch noch. Die sind nicht so wichtig. Wichtig ist Username und Passwort. Und jetzt wird es in der Main-Datei wichtig. Und zwar ist hier die Frage, hier sehen wir gleich zu Anfang, also das ist die Datei, die letztendlich aufgerufen wird. Ich habe zwar Index.php geschrieben, allerdings ist die Index.php einfach nur eine Datei, die gegebenenfalls die Fehlererstattung festlegt, automatisch alle Klassen lädt und die Main-Klasse aufruft. Dementsprechend ist die Main-Klasse diese Klasse, die aufgerufen wird, wenn die Index-Klasse aufgerufen wird. Und jetzt ist es so, dass hier abgefragt wird, ist es, ist eine Abfrage, ob eine Variable vorhanden ist. Wenn die Variable Post-Password vorhanden ist, dann soll die natürlich erstmal verschlüsselt werden. Wenn Passwort neu und Passwort neu W, das ist was anderes. Also, send, achso, so, so habe ich das also gemacht. Okay. Send ist gleich Login, muss ich jetzt hier sagen. Ich hoffe, ihr könnt folgen. Es wird hier, nein, das war das Falsche, das kommt nachher erst. So, das ist, wenn man das Passwort ändern möchte. Wenn, jetzt geht doch mal hier das ganze Post weg. Wenn, wenn GetSend, das ist dieser Send, dieses Send, was ich eben noch eingegeben habe, was dann letztendlich in der Adresse steht, vorhanden ist, ist es. Und dieses GetSend gleich Login ist, dann soll direkt die SQL-Funktion Login ausgeführt werden. Der Klasse SQL natürlich. Und dieser Login, beziehungsweise der Rückgabewert, soll dem Fehler zurückgegeben werden. Was das für ein Fehler ist, ist letztendlich nicht mehr Teil dieses Videos. Aber, also wie ihr die Klassen strukturiert habt, ist auch egal. Wichtig ist, dass ihr, wenn das vorhanden ist, also wenn der Login-Befehl in der Send-Adresse steht, dann soll das auch ausgeführt werden. Und jetzt gucke ich mir das Ganze mal an. Login. Und zwar habe ich das in der SQL, genau, habe ich schon gesagt. Und habe hier die Public Function Login. Die braucht keine Parameter. Die überprüft erstmal, ob der Benutzername, der übergeben wurde, vielleicht leer ist oder gar nicht existiert. Dann, also das ist der Empty-Befehl. Dann wird der Fehler 1 zurückgegeben. Wenn, nein, nicht wenn, dann wird gesagt, natürlich, wenn der existiert, dann wird natürlich weitergemacht. Wenn eine Funktion einen Return-Wert hat und diesen ausführt, dann wird die Funktion sofort beendet. Das muss ich vielleicht noch dazu sagen. Deswegen ist es hier an dieser Stelle nicht nötig, einen Else-Befehl zu schreiben. Login-Username ist eine Variable und dieser Variable wird der Wert, der in der Variable Post-Username ist, zugeordnet. Login-Pass genau dasselbe, beziehungsweise andersrum wurde ich irgendwann mal darauf hingewiesen, dass der Wert Post-Passwort der Variable Login-Pass zugeordnet wird. Denn es wird erst das auf der einen Seite ausgeführt und dann das auf der anderen Seite. Dann führe ich ein SQL-Query aus, beziehungsweise liege ihn fest und sage, Select was auch immer, alles von der Tabelle Admin, wo Username gleich dem Login-Username, den habe ich hier oben der Variable zugeordnet, ist. Das bedeutet, ich habe eine Datenbank, in der ich alle Administrationsdaten, alle Admin-Daten gespeichert habe und ich weiß jetzt gerade nicht, also die Admin-Datenbank hat einmal eine Spalte Username, hat einmal eine Spalte, ich weiß es jetzt nicht, Passwort, ja natürlich Passwort und hat einmal eine Spalte Level. Das mit dem Level ist jetzt nicht so wichtig, Username und Passwort ist wichtig. Jetzt wird erstmal alles, sowohl Username, Passwort als auch Level, was nicht so wichtig ist, selektiert, beziehungsweise zurückgegeben. Wenn wir dann die Result und das Die, das habe ich in einer früheren, in einer Basic, also in den vier Basic Videos dieser Serie erklärt, genau, dann, was wollte ich jetzt sagen, genau, dann wird das ausgeführt, für das MySQL Result, also der Wert, der in der Zelle Passwort steht, wird dem der Variable Passwort zugeordnet und der Wert, der in der Variable Level steht, ist ja nicht so wichtig. Wichtig ist, wenn natürlich der Benutzername nicht verfügbar ist, dann wird sofort abgebrochen, möchte ich meinen, oder beziehungsweise wenn nicht zurückgegeben wird, dann ist klar, dass nicht zurückgegeben wird, aber dann wird erstmal abgebrochen und das Ganze ausgegeben. Wenn der Benutzername verfügbar ist, dann wird eine Zeile, ein Datensatz zurückgegeben von dem das Passwort und das Level jeweils in der Variable gespeichert werden. Das Passwort, das muss ich vielleicht noch dazu sagen, ist auch MD5 verschlüsselt. Was das für eine Verschlüsselung ist, werde ich vielleicht einmal auch in diesem Video erklären. Fakt ist, wir haben es hier schon mal in der Main.php gesehen, MD5 ist eine Verschlüsselung, die automatisch das Passwort verschlüsselt. Jetzt muss ich nur noch gucken, ob das Passwort mit dem eingegebenen Passwort übereinstimmt. Das heißt, wenn Login Pass, das Passwort, was ich eingegeben habe, was über den Post Array übergeben wurde, gleich dem Passwort, was ich aus der Datenbank habe, übereinstimmt, dann soll folgendes ausgeführt werden. Wir wissen jetzt, dass das Passwort, was übergeben wird, über den Post Array hier in der Main, einmal in der Main-Klasse, einmal verschlüsselt wurde. Sehen wir. Und wir sehen, dass in der SQL, nein, wir wissen, dass in der Datenbank das Passwort auch verschlüsselt vorliegt. Das heißt, die Verschlüsselung beider Passwörter muss natürlich übereinstimmen. Nicht die Passwörter müssen übereinstimmen, sondern die Verschlüsselung. Und wenn die Verschlüsselung übereinstimmt, dann stimmen auch die Passwörter überein. So, und dann sage ich, ich bilde eine Session. Und eine Session ist folgendes. Wenn man, oh, das ist ganz schön viel Theorie, was ich hier erzähle, ist egal, eine Session bedeutet, es sind Parameter, nein, doch, also es sind Werte gespeichert auf dem PC, das ist quasi eine Art Cookie, aber nur so lange, wie die Sitzung dauert. Session heißt, glaube ich, Sitzung, ich weiß es nicht. So lange, wie die Sitzung dauert, also so lange, wie man den Browser offen hat, sind Daten gespeichert. Wenn man den Browser schließt, sind die Daten nicht mehr gespeichert. Und die Daten werden in einem Cookie gespeichert. Und in PHP kann man über den Session Array, der ist so festgelegt, Dollarzeichen, Unterstrich Session, und dann den Array-Parameter, Username in diesem Fall, habe ich dann den Wert, genau, darüber kann man darauf zugreifen, ich muss meine Sätze auch beenden. Jetzt habe ich Username, den Wert, der den Benutzernamen ausgibt, übergeben. Dann habe ich gesagt, für diesen Benutzernamen, nein, dann habe ich gesagt, der Administrator-Zustand ist True, und dann habe ich noch das Level übergeben. Das heißt, diese drei Informationen sind immer verfügbar, egal wie oft man die Seite aktualisiert, egal wie oft man auf eine andere Seite geht, und dann wieder auf diese Seite zurückkommt. Hauptsache, man schließt den Browser nicht. Ja, dann gibt es hier noch ein Else, wenn das Passwort nicht übereinstimmt, dann soll er auch 1 zurückgeben, ansonsten 0 zurückgeben. 1 ist natürlich der Fehler, 0 ist, wenn alles richtig geklappt hat. So, jetzt haben wir an sich den Administrator-Login, der bringt uns aber noch nichts, weil wir das erstmal nur in Variablen gespeichert haben. Und da müssen wir wieder in die Main gehen, um zu sehen, wie wir das Ganze jetzt auch nutzen. Und zwar habe ich hier in der Main-Klasse, wenn man mal ganz oben guckt, eine Instanz-Variable mit dem Titel LogedIn. Hey, es ist die letzte Instanz-Variable, die ich auskommentiert habe, und die enthält die Information, ob der Benutzer als Admin eingeloggt ist. Logisch. Diese Punkt, dieses LogedIn, hier wird erstmal überprüft. Also ich habe hier die Kurzform einer If-Anweisung. Hier wird erstmal überprüft, ob Session-Admin überhaupt vorhanden ist und ob Session-Admin auch true ist. Und wenn das der Fall ist, dann ist die Variable LogedIn auch true. Ansonsten ist die Variable LogedIn LogedIn false. Es ist jetzt so, dass ich bei allem, was ich jetzt mache, bei allem, wo ich auf der Seite bin und sage, hey, an dieser Stelle möchte ich jetzt eine Administrationsfunktion einfügen, die aber nur zugänglich ist, wenn ich als Administrator angemeldet bin. Immer wenn ich das habe, muss ich mich auf diese Variable LogedIn beziehen. Und zwar sehen wir das, oh, man sieht, das ist ein langes Skript. Genau, wenn man den News-String sieht, es ist auf der Seite, ich werde euch die Seite jetzt nicht zeigen, bewusst, weil ich sie euch, wie gesagt, in einem anderen Video zeigen werde. Wenn man auf, äh, nein, die Seite ist so aufgebaut, dass es News gibt und in diesen News gibt es den Button, die News zu verändern, die News zu löschen. Und diese News, nein, diese, diese Buttons, so, ähm, werden nur ausgegeben, wenn man eingeloggt ist. Beziehungsweise noch einfacher, gibt es noch einen Button, der, mit dem man eine neue News erstellen kann. Die ist nicht in dem News-Frame selbst, weil ich das News-Frame auf eine andere Klasse ausgelagert habe. Das ist was anderes jetzt noch. Ähm, es gibt noch einen Button zum News erstellen. Der ist oben drüber einmal und einmal unten drunter. Und, ähm, der wird nur hinzugefügt, wenn, äh, man eingeloggt ist. Das heißt, wir haben einen News-String. Hier haben wir einen News-String, der, ähm, für jede News einmal verändert wird. Das, ähm, müsst ihr jetzt nicht verstehen, was hier gemacht wird. Das könnt ihr auch gar nicht verstehen, weil ihr die Klasse News nicht kennt. Die kenne nämlich nur ich, weil ich sie programmiert habe. Haha, mit den verschiedenen Parametern. Ähm, daraus ergibt sich ein String. Und wenn man eingeloggt ist, dann wird, ähm, ein neuer String erstellt. News-New heißt der. Ähm, dann ist der, äh, gibt einen neuen, äh, wie heißt das, einen neuen Abschnitt, einen neuen Def-Abschnitt. Dann ein Link, Klasse New. Das ist die, das ist nicht wichtig, das ist nur die CSS-Anweisung, wie der Link aussieht. Und dann der Link an sich, wo er sagt, admin ist gleich new news, wo man dann weitergeführt wird zu dieser Seite new news. Ja, dieser Link an sich, oder diese Zeichenkette, die letztendlich einen Link darstellen wird, wird hier an diesen new String, einmal vor diesen new String, einmal nach diesen new String angefügt. Und dann wird er irgendwie zurückgegeben. Und das ist jetzt nicht wichtig, wie der zurückgegeben wird. Fakt ist, dass diese Überprüfung, if this logged in, okay, wenn die überhaupt vorhanden ist, beziehungsweise wenn die wahr ist, genau, eine if-Anweisung überprüft nämlich immer auf wahr oder falsch. Und wenn man da eine bool-Variable hat, was logged in ja ist, ähm, dann braucht man die einfach nur reinschreiben und nichts mit Überprüfung, ich könnte natürlich jetzt auch is gleich true da noch mit reinschreiben, wäre dasselbe. Ähm, möchte ich nicht, weil es eben dasselbe ist. So, äh, wichtig ist, das wird überprüft und wenn das wahr ist, dann, nur dann wird das ausgeführt. Ansonsten wird einfach der new String ohne diesen, ähm, Dings hier, wie heißt es, Link zurückgegeben. So, 16 Minuten und 30 sind um, ich habe aber immer noch was zu erzählen, denn der eine oder andere könnte sich jetzt fragen, wie ist es denn, wenn man diesen Link kennt, nicht angemeldet ist, also diesen Link hier, ohne die Anführungsstriche, ich habe sie jetzt irgendwie mit markiert, wie ist es, wenn man nicht angemeldet ist, diesen Link kennt und den eingibt. Es ist natürlich so, dass, ähm, ich hier oben eine Überprüfung habe, bla bla bla, Moment, ähm, ich hier oben, ähm, für jede einzelnen Parameter, der übergeben wird, ähm, eine Überprüfung habe, welche, beziehungsweise, genau, welche Seite aufgerufen wird, ähm, und, äh, zusätzlich habe ich eine Information, ob eine Administrationsseite aufgerufen wird. Und das geschieht, ich muss mal kurz danach suchen, hier, genau, nachdem überprüft wird, ob Login, Login war es oder nicht, wird überprüft, ob, ähm, ob eine Administrationsseite vorliegt, vorliegt. Und das passiert mit der Admin-Klasse, die habe ich hier programmiert, die sieht ziemlich komisch aus, und, also, ziemlich komplex, aber, das sind eigentlich alles nur Bedingungen mit oder. Das heißt, hier wird einmal, also, in dieser Admin-Klasse, die könnt ihr auch, also, diese, Moment, wo bin ich jetzt, da will ich hin, das braucht ihr nicht in der Extraklasse auslagern, ich habe es ja zur Übersichtlichkeit halber so gemacht, wenn ihr nur den Login haben wollt, könnt ihr das natürlich in der einen Klasse belassen. Und dieser Admin, ähm, wird erstmal mit der Variable, ob man eingeloggt ist oder nicht, ähm, instanziert. Ähm, das ist nicht, nicht, oh, das war gar nicht wichtig. Egal, ich sage es trotzdem, weil schon 18 Minuten um sind. Dieses Login wird natürlich hier als Instanzvariable gespeichert, aber man kann ja auch mit dieser Admin-Klasse auf die, auf die Get-Parameter zugreifen, denn die Get-Parameter sind super globale Variablen. Wem der Begriff etwas sagt, wem nicht, der kann sich mal Peter Kropf durchlesen, ich werde den Link nicht posten, denn ich habe ein Video bereits darüber gemacht. So, Get-Admin-Site-Info, das ist das Wichtige dieser Funktion, ähm, dieser Klasse. Error ist gleich 0, ähm, das ist ein optionaler Parameter, auf den ich jetzt nicht eingehen will. Error ist gleich, ähm, es ist jetzt so, dass überprüft wird, wenn man überhaupt eingeloggt ist, dann wird weiter überprüft und dann wird überprüft, ob Admin gleich was auch immer ist. Ich hatte hier, glaube ich, was hatten wir als Beispiel? New, new n, richtig? Hier, wenn Admin gleich new news ist oder bla, oder bla, oder bla. Das heißt, dies hier, if get-Admin ist gleich, ist gleich, new n, new n, ist eine Abfrage, eine Überprüfung von vielen, die aber zwischen zwei oder steht, auch wenn hier Klammern drum sind, aber in diesen Klammern gibt es kein und, und deswegen, also das ist nur der Übersichtlichkeit halber, das bedeutet, diese Übersicht, äh, diese Abfrage, ähm, fragt natürlich nochmal ab, ob Admin jetzt new n ist, aber wichtig ist, was anders ist, als wenn man das irgendwo anders gemacht hätte, beziehungsweise was ganz wichtig ist jetzt, ist das übergeordnet, erst die Abfrage steht, ist man überhaupt eingeloggt? Und das bedeutet, wenn man nicht eingeloggt ist, dann wird man automatisch auf die Login-Seite weitergeleitet, Admin-Site-Info ist gleich Login. Ähm, wenn man aber eingeloggt ist und get-Admin gleich new n ist, äh, genau, new n entspricht, dann, ähm, wird man, dann ist Admin-Site-Info gleich der get-Admin, in diesem Fall new n. Und dann, wieder in der Main, wird mit diesem Wert gearbeitet, this Admin, get-Admin-Site-Info, dieser Wert wird zurückgegeben und Admin-Site-Info, without error, achso, das ist noch eine andere Geschichte, ähm, aber dieses Admin-Site-Info, genau, und wird in einem Switch bearbeitet und je nachdem, wie der Switch Admin-Site-Info aussieht, ich suche mal nach dem new n, hier ist dieses new n, je nachdem, wie der Switch aussieht, wird die Seite geladen. Das heißt, wenn man die Seite aufruft, wenn man einfach nur den Link in den Browser eingibt und dann die Seite aufruft, wird das Ganze, ähm, wenn man nicht angemeldet ist, auf der Login-Seite enden, die dann, glaube ich, ja, die dann hier oben festgelegt ist, Admin-Site-Info gleich Login, ähm, äh, wenn man allerdings eingeloggt ist und, äh, auch die richtigen Parameter vorhanden sind und alles, dann landet man auf einer der Admin-Seiten. Ich hoffe, ich konnte mit diesem etwas vielleicht komischen, nicht komisch, aber komplexen, komplizierten, langen Tutorial euch, ähm, beziehungsweise einem oder einigen von euch zumindest die Frage beantworten. Ich weiß nicht mehr wirklich, wer mir die Frage gestellt hat. Die kam auf jeden Fall von euch und, ähm, ich denke, ich werde mich jetzt daran machen, dieses Content-Management-System noch einmal diesem Content-Management-System noch einmal einen optischen Schliff zu verpassen und dann ein nächstes Video zu machen. Das bedeutet, morgen seht ihr das System an sich, die Homepage, ähm, und ich werde euch was dazu sagen, falls ihr Interesse habt. Nein, nicht nur, falls ihr Interesse habt, guckt es euch um jeden Preis an morgen, egal, was los ist. Ach, macht doch, was ihr wollt, macht ihr sowieso. Ähm, in diesem Sinne bis morgen. Ich hoffe, ich konnte euch hiermit helfen. Seid nicht abgeschreckt, wenn ihr es nicht verstanden habt, sondern guckt euch vielleicht, wenn ihr es noch nicht getan habt, erst mal die vorherigen Videos an, beziehungsweise die Basic-Videos dieser Serie, die Homepage-Baukasten-Basics-Videos, denn da habe ich mir, ich glaube, ziemlich viel Mühe gegeben, das ganze, ähm, das ganze Prinzip zu erklären, der SQL-Datenbank. Dann solltet ihr, wenn ihr das immer noch nicht kapiert mit PHP, solltet ihr euch meine andere Playlist angucken, eine eigene, gute Homepage erstellen. Zwar ist diese Homepage nicht so wirklich ganz gut jetzt geworden, weil zum Beispiel der Administrations-Login fehlt, ähm, aber die, die Erklärungen sind ganz gut da drinne. Oh, ich lobe mich ziemlich selbst, gerade merke ich, aber das ist jetzt auch nicht so wichtig. Fakt ist, ähm, ihr solltet euch einfach angucken, wenn ihr das hier nicht kapiert. Wenn ihr das hier kapiert, könnt ihr trotzdem euch das angucken, wenn ihr meint, ich will das Video sehen, weil es ist toll, aber, ähm, es ist, äh, was wollte ich jetzt sagen? Es ist, es ist, es ist, ich spreche einfach diesen Satz nicht zu Ende. Und deswegen sage ich in diesem Sinne zu euch, ich bin Manu von Jean Hilftir und ich hoffe, ich konnte euch helfen. Ich bin stolz auf diejenigen, die jetzt noch, ähm, das Video laufen haben. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ja, tschüss.